Wenn du in den Ausland bist, bist du immer Ausländer. Du arbeitest immer so ungesehen. Wir sind nicht so schlimm. Oder du fischst es nicht so. Ich bin drei Jahre alt gewesen. Ich bin drei Jahre alt gewesen. Wir sind drauf aufgewachsen, kannst du sagen. Was ich von anders lang gekannt. Aber jetzt auch wird es schwierig. Und warst du zusammen um die Leute, die dich noch so behandelt, als warst du Ausländer? Ja. Schon auch? Ja, ja. Bei den Schulen ging es schon anfangen. Die sind für den Südtirol und so. Die sind schon so, mit denen betitelt. Du kämpfst nicht für dieses Land, was die anderen alle sind. Und zehn Jahre sind wir zusammen gewesen. Ein paar Jahre sind. Hat der Luis schon flink in ein Gelett gefunden unten. Und dann ist noch ein Kollege gewesen. Das hat ihm noch weitergemacht. Die Zeit geht gerade weg und alles was ist. Und ich bin in die Schule gegangen und die haben gute Sachen gekannt. Die Sachen reisen weiter. Und dann sind auch die anderen, die gehts noch daheim. Ja, Sachen mehr und Sachen mehr. Und dann ist mein Kollege gelacht. Und du bist flink in die Gesellschaft drin. Vielleicht kam das mal an. Du bist flink in die Gesellschaft drin. Und du bist flink, dir bist flink. Und wenn du bist flink, dir bist flink. Und du bist flink.